So. So soll das Ding sich nicht bewegen. Oh, perfekt in die Menge. Hat einer die Fresse bekommen? Oh. Aua. Das war teuer. Am besten er macht sich auch noch lang, während er backt. Jupp. Du hast vorausgesagt. Runterfährt. Oh. 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 Da war eine Lawine oder was war das? Hat man von Weitem so gar nicht erkannt. Ich meine, der ist ja irgendwie weg, ne? Irgendwann muss er gewesen sein. Ja. Da muss er was draufgefallen sein. Das ist so wie so ein Fahrschulvideo. Ja. So könnte ein Fahrschul... Alter. Das hört dann genau davor auf. Und jetzt... Fragestellung. Wie hätte man diese Situation verhindern können? Gar nicht. Au. Was haben die vor? Ja. Hä? Die springt doch da jetzt nicht raus. In die untere Etage. Bruder, da stehen... Die stehen im Fenster, ja. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Können wir bitte gehen? Das macht die doch jetzt nicht. Ob sie es, macht sie es. Äh, da muss aber schon ganz schön was los sein im Haus, dass man sowas macht. Ja, siehst du doch, was da los ist. Oh Gott. Ach du Scheiße. Und die haben es auch noch hinbekommen. Alter. Respekt. Ja. Das... Gute Aktion. Oh. Perfekt. Das ist ja hier wie ein Boot fahren. Wie ein GTA. Ja. Was machen die da? Eine Polizeikamera, ne? Ja. Also ich... Ja, ich sehe nur Pixel. Au. Au. Alter. Der war schnell. Dann... Nochmal. Also die gehen hier zum Flugzeug, versuchen den da irgendwie noch schnell rauszuruppen. Ein Flugzeug? Der ist mit dem Flugzeug abgestürzt. Siehst du das? Das ist ein Flugzeug. Der ist mit dem Flugzeug. Alter. Das ist ja wie in einem amerikanischen Film. Das direkt nachdem der gerettet wurde, irgendetwas passiert halt. Ja, sowas passiert halt auf manchmal so nicht. Oder es war ein amerikanischer Film in 1080p so. Nee. Oh scheiße. Das tut weh. Hast du mal das Video geschickt, wo das Flugzeug anfängt zu flattern? Ja. Ja. Ist der nicht ganz schön schnell? Oder ist die Landebahn sehr lang? Der ist... Schnell, ne? Ziemlich hoch. Ich glaube der kommt einmal nicht runter. Ah ne, ich glaube es ist einfach übelster... Wind halt. Easy, 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 easy. Ja. Oha. Der muss durch starten. Warte nochmal hoch. Na jo. Ja gut. Alles hat zu Ende die Landebahn, ne? Ja. Oh. Seitenflip. Ja. Jeden Morgen. Bruder. Au. Der hat gar keinen Bock. Der hat gar keinen Bock. Der hat gar keinen Bock beobachtet zu werden. Die Qualität ist abnormalschlecht, ne? Also... Der rennt halt auch nicht weiter her. Ja, die Qualität ist bei mir allgemein abnormalschlecht. Das ist... Er schiebt nur an. Er denkt, die haben Startprobleme. Ja. Alles ruhig. Der fährt da doch mal weiter rauf. Und weg ist er. Oh. Oha. Was war denn mit dem Bus? Warum ist der nicht gleich weitergefahren? Mal sehen, der war ja so schnell der Autostand. Ist der weggegengefahren? Oh. Aua. Oh. Oh. Bin ich mal getroffen. Ich hab jetzt auf den Knall gewartet. Ich auch. Der fahren die rückwärts. Oder zieht der Fisch die? Alter. Ich glaub, der Fisch zieht die. Aua. Ach, das ist ein Schwertfisch. Das ist ein Schwertfisch, ja. Ist das ein Hai? Das ist aber auch gefährlich bei den Viechern, ne? Wieso? Wieso? Wenn die dich mit dem Lümmel erwischen, Alter. Der ist scharf, ne? Ja, der auch so... Ja, ich glaub auch das, aber... Au. Au. Das hat aber gerufen. Ich hab grad, sie will das hochheben. Wieder falsch hinspringen. Das... Ja, perfekt. Das war ein bisschen zu viel. Ja. Naja, gut, überm See. Das geht ja noch. Oh, jetzt verdreht er sich richtig. Klatscht trotzdem. Klatscht trotzdem, ja. Das hat dann halt auch nur noch ne Betonwand. Na, kommt drauf an, wie du reinfällst, ne? Ja, kommt drauf an, wie schnell du reinfällst. Ja. 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 Was macht man mit so einer Situation? Abhauen. Wie ein Firewatch. Einfach Helikopter und durchziehen. Hatte dieses Spiel eigentlich mehrere Enden, oder gab's da nur ein Ende? Ach, keine Ahnung, ich hab's nur einmal durchgespielt. Ich auch. Ach die Scheiße. Und danach mein Geld erstattet. Also halt zurückgegeben. Frech. Was? Ja, offline-Modus regelt. Mhm. Aber geht mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr. Nee. Alter. Bruder, fahren die da überhaupt noch, oder dreht sich das alles? Die fahren. Also ich sehe da irgendeinen Pixelhaufen, der so ein Wirbel ist, und mehr nicht. Ja, sieht man nicht wirklich. Ich denke, das dreht sich dauernd im Kreis, oder so. Das sieht interessant aus. Oh nein. Der ist doch viel zu tief. Also ich weiß auch nicht, wo die Landebahn ist. Das ist bestimmt Strömungsabriss gleich. Oh. Aua. Irgendwas ist weggeknickt. Aua. Oh nein, die Autos. Das schöne Flugzeug, Alter. Da das auch noch so ein altes. Mhm. Das ist ganz schön Sturm, Alter. Ja. Oh, guck mal, ein Schild. Das würde ich ja mitnehmen. Oh. Oh. Hätte er fast Färbel in die Fresse bekommen. Da kann so Blechschropper gefährlich werden, Alter. Oh, was hat er denn vor? Oh. 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 Oh, ist der doof, oder was? Oh Gott. Ja, jetzt hüpft nicht. Digga. Ist er besoffen, Alter? Oh Gott, Alter. Was? Also, als Lokführerich wäre ausgestiegen, hätte er meine reingehauen, Junge. Alter. Ja. Hätte er das Auto erwischt, das wäre... Hätte er den Typen erwischt, der wäre durch den Auto geflogen, Alter. Das kommt auch noch. Digga, sehr behindert? Hey, da er hat Glück gehabt. Also, was ist eigentlich auch mal erotisch anzugucken? Hm. Wenn nicht so was gerade passiert. Was ist das denn? Alter, was? Steine. Alter. Habe ich noch nie gesehen. Ja, ey, fahren die Autos. Da muss Versicherung aber dick reinfallen, Junge. Yo. Alter, guck dir dann einfach da für Klötze geflogen kommen, Alter. Das ganze Haus weg. Raus. Ich wollte auch gerade sagen, Bruder. Geh mal lieber in dein Haus rein und mach die Tür zu, Junge. Alter. Stell dich nicht mehr ans Fenster, du Vollidiot. Ja, dann braucht halt auch nur ein Steigen geflogen kommen, ne? Und der ist dort. Mhm. Oha. Doch die ganze Perücke, Alter. Alter. Oh, er rutscht. Und er rutscht auch. Alle rutschen. Bruder, Bruder, bringt dir Wuppen aber auch wenig. Nimmer berührt? Aber solide. Ich weiß nicht, ob die sich berührt haben, aber das war echt, das war ziemlich gut. Der bremst halt immer noch, ne? Mhm. Ja, aber. Der war auch gut hinbekommen. Hat er auch gut hinbekommen. Und sich ziemlich schnell unterwegs. Oh Gott, das muss deutsch sein. Auf der räumen. Ding. Oh nein. Hä? Was soll das? Ach so, oh Gott. Ah, ach so, oh Gott. Ich hätte gern das Video gesehen, anstatt hier alles in der Fresse zu haben, aber... Auch nicht schlecht. Ja. Bis zum nächsten Mal.